Hallo, mein Name ist Rainer Gerhardt. Ich möchte kurz einen Fakt aus der algorithmischen Geometrie zeigen. Und zwar, dass ein Punkt einer Punktmenge S, ein Punkt P, der eine unbeschränkte Boronoi-Region hat, genau in diesem Fall auf dem Rand der konvexen Hülle der Punktmenge auch liegt. So, ich habe hier schon mal einen Punktmenge aufgezeichnet, über ein Neudiagramm grob rein skizziert und möchte eben jetzt zeigen, dass so ein Ort, der hier eine unbeschränkte Region hat, dass der auch auf dem Rand der konvexen Hülle liegt. Das sieht man hier schon fast. Jetzt brauchen wir erstmal die konvexen Hülle, dann holen wir uns mal kurz die Tiloni-Triangulierung, soweit wir sie brauchen. Also hier recht offensichtlich die konvexen Hülle, nochmal die Hilfslinien für die Tiloni-Triangulierung. Jetzt ist die Idee folgende, wir betrachten den Punkt und betrachten die Richtung, unbeschränkte Region, gleich liegt auf konvexen Hülle. Da wir eine unbeschränkte Region haben, oder machen wir was anderes, wir betrachten jetzt einfach die andere Farbe, einen Strahl, oder alle Strahlen, die von diesem Punkt abwählen. Da gibt es Strahlen, die treffen, wenn sie nach hier gerichtet sind, den Rand, der, wo wir neue Region, es gibt aber auch Strahlen, die treffen keinen Rand. So, und die können auch keinen Rand treffen, denn wenn sie einen Randpunkt treffen würden, des Wurneu-Diagramms, dann wäre ja entweder die Region nicht unbeschränkt, was ja aber laut Voraussetzung ist, oder die wäre nicht konvex, was aber auch nicht sein kann, weil die Wurneu-Regionen konvex sind. Also gibt es auf jeden Fall einen solchen Strahl, der hier abgeht und die nie wieder einen Rand trifft, da wir die Konvexe, da wir eine unbeschränkte Region haben. Auf dem Strahl gehen wir jetzt hin und ermitteln, nehmen uns dort einen beliebigen Punkt X, den zeichnen wir hier mal ein, und schlagen dann um einen Kreis mit Mittelpunkt X in der Entfernung genau zu unserem Punkt P, den wir hier gewählt haben, sodass eben P auf dem Umkreis liegt. Das wird jetzt nichts mit dem Kreis, ja, das war schon klar. Dann sagt uns aber ein Lemma, dass eben, wenn wir einen Kreis wachsen lassen, um X heraus, dass er genau dann in der Wurneu-Region von unserem Punkt P liegt, wenn eben kein anderer Punkt in diesem Kreis enthalten ist. Und das muss ja sein, weil wir letztlich ja in der Wurneu-Region sind. So, und jetzt können wir den Kreis im Prinzip immer weiter wachsen lassen, indem wir den Mittelpunkt immer weiter nach draußen verschieben. Hier mal ein X-Strich, dann haben wir schon einen Kreis, der geht so herum. Wenn wir den Strich immer weiter ins Unendliche wachsen lassen, dann ist das auf einmal eine Haluebene, der im Prinzip im Unendlichen dann nur noch mit einer Gerade tangiert den Punkt und nicht den Orthogonal zum Strahlen. Und wir wissen, dass kein anderer Punkt das erreichen kann. Damit wissen wir aber auch, dass auf dieser Seite der Halbebene, die von der Gerade gebildet wird, dass auf dieser Seite der Halbebene kein Punkt mehr liegt, der in S ist. Und folglich müssen da die Ebenrichtungen der Gerade geteilt sind, müssen alle anderen Punkte auf der anderen Seite liegen. Damit ist das aber eine Stützgerade der konvexen Hülle. Und damit ist dann in der Tat der Punkt P auf der konvexen Hülle. Das war die eine Richtung. So, jetzt kann man auch andersrum argumentieren. Jetzt kann man sagen, oder was heißt man kann, man muss, man muss. Ich muss jetzt natürlich noch zeigen, dass wenn das eine konvexe Hülle ist, dass die Region unbeschränkt ist. Im Prinzip ist der Ablauf eigentlich wieder der gleiche. Das heißt, ich nehme eine beliebige Tangente, die eine Stützgerade ist. Ich mache die jetzt auch so schön gerade laufend. Und stelle mir dann eine beliebige andere Gerade vor, die ich auch wieder orthogonal auf die Gerade stelle. Und jetzt kann ich aber wieder argumentieren, dass wenn ich hier wieder meine Kreise einzeichne und entsprechende Radie einfüge, dass das eben nie einen Punkt treffen wird, weil per Definition der Stützgeraden kein Punkt hier liegt. Da ich aber nie einen Punkt treffen werde, muss immer P der nächste Punkt sein. Und wenn ich das jetzt wieder in so ein Endliche führe, dann ist das wieder der gesamte Bereich. Folglich muss das hier, da ich nie in dieser gesamten Gerade einen anderen, in dieser gesamten Halbebene einen anderen Punkt finde, folglich muss das dann auch eine unbeschränkte Woche Neuergebung sein. Hoffen wir mal.